Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, das Budget für 2020 steht. Auf was muss man hier denn besonders hinweisen? Ja, also insgesamt ein Investitionsvolumen von 43 Millionen Euro bei einem Gesamtbudget von rund 300 Millionen Euro im Finanzierungshaushalt. Ja, es wird natürlich vor allem in Hoch- und Tiefbau, da sind immer die großen Brocken investiert. Im Hochbau werden wir im nächsten Jahr die Volksschule Haselstauden fertigstellen. Wir werden im Krankenhaus natürlich investieren in die Fertigstellung der OP-Säle und der Sterilisation. Das sind die größten Brocken. Die Stadtbibliothek wird fertiggestellt, das Polizeigebäude am Bahnhof natürlich weitergeführt. Und auch im Tiefbau wird relativ viel Geld auch in Wasser, in Kanal, in Gemeindestraße investiert, in Brückenneubauten. Und was jetzt noch nicht so ein Budget aufschlägt, aber Projekte, die wir starten werden mit Architekturwettbewerben im nächsten Jahr, ist eine neue Volksschule Vorach, ein Architekturwettbewerb für die Arena Höchsterstraße inklusive Polytechnischer Schule und zweiter Eisfläche. Und auch im Haselstauden ein großes Projekt, ein neues Kinderhaus, Kindergarten- und Kinderbetreuung und vor allem für die Bevölkerung ein großes Veranstaltungshaus, inklusive Turnhalle für die Schulen, die dort entstehen sollen und auch eine Tiefgarage, was sicher kein Schaden ist in Haselstauden. Bei der Arena möchte ich gerade nachhaken. Was ist denn da jetzt aktuell geplant? Was soll beim Architekturwettbewerb unter dem Strich rauskommen? Ja, also wir haben uns ja entschieden, die zweite Eisfläche an diesem Standort wiederzubauen. Wir werden eine Architekturwettbewerb für das gesamte Areal ausschreiben, weil es natürlich darum geht, das Städte baulich gesamt zu betrachten, aber in Etappen umsetzen. Die erste Etappe wird eben die zweite Eisfläche plus alle erforderlichen Nebenräumlichkeiten, plus auch das Jugendhaus, das jetzt ja dort in der Arena Höchsterstraße Platz findet, wird damit eingeschlossen sein. Die zweite Etappe wird die Polytechnische Schule sein, die dann gebaut wird. Wir haben ja jetzt eine Expositur in der Stadthalle, die Platz aus allen Nähten und wir müssen auch für die Polytechnische Schule ein entsprechendes Raumangebot vorsehen. Und zwar nicht auf unserem Grund, aber eine leerstehende Lagerhalle wird mit eingeschlossen in die städtebauliche Betrachtung, ob es sich entweder für eine Skate- oder Trendsporthalle oder auch für eine Jugend- und Freizeiteinrichtung eignet. Drei Projekte, die Dornbirn beschäftigen, finden sich noch nicht im Budget. Sei es nun die Erweiterung der Fußgängerzone in der Schulgasse hin zum Stadtgymnasium Dornbirn, sei es die Markthalle und auch das Personalhaus in der Archmühle, das ja auch immer wieder zur Diskussion steht, was hier getan werden soll. Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Warum finden sich diese drei Projekte noch nicht im Budget? Ja, es finden sich noch mehr Projekte nicht im Budget. Es ist natürlich immer eine ganze Reihe an verschiedenen Wünschen und wir versuchen immer gemeinsam, auch über alle Fraktionen hinweg eine gewisse Priorisierung auch miteinander auszuarbeiten. Bei diesen drei Projekten geht es aber trotzdem weiter. Die Personalwohnhäuser haben wir gemeinsam bewusst geschoben, weil wir eine ganze Anzahl von Dienstwohnungen haben, wo wir jetzt die Wünsche durchaus befriedigen können ohne einen Neubau. Das Projekt Markthalle befindet sich nicht im Budget im nächsten Jahr, wird aber intensiv bearbeitet. Da geht es auch um Standortfragen, um Finanzierungsfragen, um inhaltliche Fragen, wo es jeweils verschiedene interne Arbeitsgruppen gibt, die sich damit beschäftigen. Also das ist nicht vom Tisch, sondern nach wie vor, finde ich, wäre ein sehr schönes Projekt für die Dornbirner Innenstadt. Und das dritte, die Fußgängerzone, da sind Planungskosten im nächsten Jahr berücksichtigt. Da hängen wir aber auch von Entscheidungen von Privaten ab, ob wir diese Fußgängerzonerweiterung verwirklichen können oder nicht. Wenn das der Fall wäre, würden wir es gerne machen. Abschließend noch, Anfang Jänner sollte die Neue Stadtbücherei eröffnet werden. Wenn man durch Dornen gegangen ist, am Abend des Baus war ja nicht jeder so glücklich. Laut Graffiti, wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem fertigen Projekt? Ja, sehr zufrieden. Ich glaube, wenn man vorbeigeht und einmal auch am Abend vorbeigegangen ist mit dieser wunderschönen Keramikfassade, ist, glaube ich, ein toller architektonischer Bau geworden. Aber wichtiger noch sind die Inhalte. Es wird in diesem Schulzentrum ein absoluter gesellschaftlicher Treffpunkt sein, ein Ort des Lernens, des Wissens, der Sprachförderung und des Miteinanders. Also ich freue mich schon unglaublich auf die Eröffnung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.